Na, wie geht's denn so? Hallo! Und willkommen zurück zu Let's Play Skype! Ja! Also, ich mach noch kurz die Spitzhacke hier kaputt. Dann guck ich mir an, was er so gebaut hat. Auch interessant. Willst du denn schauen? Doch! Das wollen wir doch mal sehen. Zack, 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 zack. Ja... Michael Schumacher war letztes Mal noch am Ende. Was? Ich hab interessiert, was mich immer interessiert hat, außer dafür, dass was wegetan hat und so. Ich hab keine Ahnung. Ganz ehrlich, Skiurlaub scheint richtig gefährlich zu sein. Ja. Ja. Nein, so. Also, irgendwie... Jeder Grupp... Der Sprecher von Zorro, also der deutschen Grundsprecher von Zorro, ist beim Wandern in der Kletcherspalte gefallen und gestorben. Ja, irgendwas hab ich da mitbekommen. Ja, irgendwas hab ich da mitbekommen. Ja, dann muss ich sagen, Hardcore. Oh, fuhr Hardcore-Bruni. Ja, ganz groß. Deshalb muss ich sagen, verdächtig. Und nicht allzu viele, die dann immer noch nachmachen. Ich muss sagen, die neue Stimme von Zorro, eh nur zwar Zorro, aber... Man merkt schon, dass er Zorro ist. Oh, scheiße jetzt. Da ja noch drei. Da. Weil Stein brauch ich auch, weil mein Haus werd ich auch irgendwann weiterbauen. So, jetzt gucken wir mal kurz, was er gemacht hat. Ich hab die Bäume abgebrandet von mir. Ich hab meine Insel säubern. Und abschauen. Was ist denn da? Noch eine Insel? Sag doch, dass halt die Menschen Insel werden. Da hab ich die ganze Erde bebraucht. Und was passiert? Vielfach sind Luftgespräch. Oh. Und so viele Bäume? Ja. Ist das die Waldinsel? Warum hast du aber nicht die Erde drunter gesetzt? Weil ich das nicht in der Luft ist, sondern im Holz drin? Das sieht's besser aus. Das stimmt. Und dann kannst... Aber das hab ich jetzt keine Lust, das noch gemacht. Dann mach ich das kurz. Dann schau mal dir die Bäume an, was da gewacht ist. Ja, ich tu die Bäume ja nicht abpflanzen. Ja, schön dann auch in der Luft, bist du auch scheiße. Dann tu ich halt Holz dahin. Den einen baue ich ab. Und dann... ...sue ich die anderen damit schöner am Handeln. Aha. Das ist das Ziel. Da könntest du zwei alle abbauen. So. So war das was. So. Ist das aufgepasst? Papier. Ne. Passt nicht. Ja. Fuck! Uh. Uhuhuhu. Alter, das hat mich fast runtergeschmissen. Weißt du was? Ich kann halt den Rundi. 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 Rundi, blondi. Rundi, blondi. Rundi, blondi. Rundi, blondi. Rundi, Kopf auf. Man hat kaum back. So. Rundi. 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 Ich mache einen neuen Weg. Oh, was mache ich denn? Achtet doch mal auf, was ich... Oh, mein Setzling. Oh, mein Setzling. Rundi. Jetzt geht's ab. Einmal. Rundi. Ich hab die letzten Tage voll South Park geschafft. Was? Ich hab's auf Park geschafft die letzten Tage. Auf Park? Ja. Und? Witzig. 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 Hilfe, ich bin runtergeflaggen. Der freck mich doch nicht so, Mann. Bauen wir die Erde ab, Mann. Ich mach die Vorarbeit und du machst die Nacharbeit. Okay. Uff. So. Naja. Was für einen Film fand ich noch gut. Ich muss sagen, mir gefallen die animierten Filme manchmal richtig gut. Eine animierte zum Beispiel. Zum Beispiel die Batman-Filme hab ich vorher gefeiert. Ja, das hast du. Die waren voll nice. Das hast du wirklich angeschaut. Ah ja, klar. Die ging mit Gothic so weiter. Aber, ne, Gotham. Äh, wie, was? Ich hab Goffel nie angeschafft, wie sie alles hat. Doch, bei mir sogar. Ja, aber ich hab's dann auch gehört. Ich hab alle Folgen dann noch in der Produktion waren, weißt du? Ja. Die neuen Folgen... ... sind... Oh, das kann natürlich auch noch länger her sein. Ich hab erkannt, dass... ... Batman... ... und Batman einfach scheiße sind. Hä? Nein! Falsch! Weiß her, ja. Warte, was ich richtig scheiße finde. Supergirl, kennst du das? Oh, girl? Ja, das ist doch diese neue Serie da. Supergirl. Ach ja, oh Gott, schrecklich. Oh ja. Warum scheißenst du dich dann ab? Was? Einfach schrecklich. Wahrscheinlich, bis wir die Schauspieler oder mit dem Spiel. Wir sind hier und wir sind hier, dass alle scheiße. Digga, du musst mich mal kurz retten. Wieso? Das sind ganz viele Piraten, die wir schon mal wegschicken. Sonst kann ich nicht rüber. Ja, der hat eine Pistole. Okay. Sauber. Heiterbereit, die Himmelarbeit. Boah, weißt du, was ist dieses Feuer? In der alten Sendung und ich hab mir mal vor einigen Wochen mal... ... oder Wochen, Monate... ... ist das große Pause eingeschafft mit meiner Freundin. Oh, ja, ja, ja. Das war nice. Jetzt weiß ich, was ich nächste Folge mach. Oder... ... kennst du... ... ich weiß noch. Also ich muss sagen, Kobibeer am Bundle kann ich mir nimmer antun. Hm. Konnte mich ja noch nie so wirklich. Schlümpfe gehen auch nicht, das ist so richtiges No-Go. Oh nee, es regnet. Wie? Ja, Schlümpfe, das ist so ein No-Go. Das gibt's auch nicht. Jetzt hab ich keine Spitzhacke dabei. Na, dann muss ich's halt so kaputt machen. Ist ja egal. Oder, nee, lass ich erst mal dran, dann kann ich's später... ... machen. Ja. Go, go. Go, go, Power Ranger, weil... ... da drunter mach ich dann einfach Schnee. Also Power Ranger, das konnt ich mir noch nie reinziehen, oder du? Ich wusste ja wohl. Ich wusste ja wohl. Michael hat voll drauf gestanden, ey. Wieso hat deine Ehre als Kind nicht zu gelassen? Da muss ich nur Power Ranger anziehen. Jo. War dich zu behalten und so. War ja wohl das Schlimmschiff, aber wurde es niederlich stürt. Was da explodiert. Ich weiß nicht, wie soll... Junge, du solltest ganz dringend deine Insel aus... leuchten. Ja, ich bin schon dabei, Mann. Welche? Wollte schon nicht fragen, welche. Die Holzinsel oder die andere? Beides. Nee. Holzinsel kann, glaub, nix spawnen. Warum? Ist da schon wieder was explodiert? Irgendwas ist explodiert. Was für ne Versammlung auf meiner Insel da ist. Zeit immer alle runterzuschützen. Junge, wie viel da gespawnt? Der schrägflützig. Oh. Das ist ... nice. Oh ja, Power Ranger. Danke. Jo, ich fang gar nicht. Das ist meine XP Farm hier, Mann. Boah ich hab grad von dem Zombie ne Eisenschaufel gekriegt Wenn ich noch annehme da kam dann äh äh Prinz von Belair und und äh Full House und so Zeug Boah Full House hab ich voll geliebt vor allem die Indros waren damals noch cool Ja man voll, fand ich auch mega Und jetzt einfach mal neue Full House Ja aber das soll doch scheiße sein oder ne? Keine Ahnung Doch für das netto sein soll Nehmen sie auch voll viele Beschwerden kann man nun mal Full House aufrollen War ja schon lange geplant Dann wo es aber dann Ja Ich hab gesagt es funktioniert nicht Jetzt hat es doch funktioniert Schön schon Ja Cool House War schon Du kennst Früher war das mein Mittagsprogramm du Cool House war um 17 Uhr rum Ja Ja das kam dann nach Still Standing meistens Boah da hat ein Kriefer gerade halt wieder Hör doch auf man Du in der Dreckskriefer man Du weißt du das ist teuer Ja Ich krieg nur eine raus Du weißt aber mager Boah Okay damit kriegt man wirklich mehr raus Mit Steinhacke Ich? Aha Ich hab aus zwei Stück den Stück bekommen Ja mit Glück oder ohne Glück? Ohne Glück jetzt Boah Na 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 Wir wollen ja keinen Streit Nein Ja Okay Creeper Versus Creeper Creeper Was? Was ist hier los? Hier stimmt was nicht Wo? Wieso? Wie alles durchsichtig ist Wofür was redest du? Bei mir? Der ist explodiert halt aber nichts kaputt gemacht Keine Ahnung Überstimmt hier nicht Meine cool Cool Sorry Bro Kann ich mich noch sicher fühlen? Ich hab hier Schnochenmehl wenn du brauchst Hast du das Video von David Hine gesehen und Hand of Blood? Nein Wo ist das? Schade Noch ein mega gutes Video Ich muss sagen Da geht's auf Äh Ja Ich muss sagen ich hab das Video gesehen Von Herrn noch Blood, wo er Dinge gespielt hat Farm Simulator Ja das war auch witzig Einfach mal so lol ausdrücken Wie gesagt Bei Farm Simulator So ist das ok So ist das ok So ist das ok Und nun wieder sind wir hier bei der Steinwarm Nächste Wie weiß ich euch deine Dein Häuschen Mein Häuschen? Nicht auch weit Aber ich hab solche Ideen im Kopf Wie ich das machen will Wie ich das machen will Wenn ich eigentlich nicht anfangen wollte Aber Ja Ich mach jetzt erstmal zu hier Packel 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 noch Net so lecker Ich hab hier 8 Fäden wenn du was brauchst Ich hab hier 8 Fäden wenn du was brauchst Auf die Insel Ne ich hab meine Angel Fäden Aber einen Bogen kann man sich damit noch machen Was ist es? Ach verdammt zu wenig Pfeile Ja Ey das wäre auch cool wenn man sich einfach Kies mal wünscht Und dann kann man sich Ach dann ich mach eine Hühner Komm Du was? Ich kann umfedern dann kann man sich ganz viele Pfeile machen Aber wenn keine Hühne So einfaches Gefühl Aber Du weißt nicht Ich kann mal einen Bogen machen Und Einfach Sich das Buch Definitiv Wünschen Fertig Da brauchen wir einen Ambus Mann 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 Immer nur Probleme Ah ja Das nächste was ich mir wünsche Vielleicht einen Ambus Aber du hast viel viel mehr Erbe Halt mit Blockquatsch Halt mit Blockquatsch Doch trägt man ja auch wie voll die Insel ist Wer was da los? Why out? Why out? Why out? Es wird zuviel abgebaut hier Ja Ja Ähm Why out? Den Glück ist dann fast genug Weil ich kriege was in die Luft gespennt Weil ich kriege was in die Luft gespennt Mann Rüchen da So Ich bin viel übrig Was? Was? Okay Oh Fight Night Oh Glaub ich mach noch Holzkohle jetzt So coole Serien Ah verdammt Weißt du Weißt du Weißt du das Den Deniz seine Freundin Hauer mit dem Mothernet gesehen hat Und sich an Maritana Gehen das Wie kommen wir an der vorbei Weißt du Wär das gleiche wenn jemand sagt Er ist Charlie Swin Genau weißt du das ist aller schlimmsteh Ich hab gedacht ich ziehe aus als ich das gehört hab Die war in New York und kennen kein Ding Ich kenne kein äh Äh Haben wir mal zu machen Das ist wie viel verschaut Kraschen Hm Ach Ich geh nicht auf die Sauerei Was ist mit meinem Ding nicht los Was? Was ist verboten ey Oh Irgendwas stimmt mit meinen Textur nicht Naja Was vielleicht nicht Die Folge nicht langsam werden Die ist beendet Lass einen Daumen nach oben da Wenn es euch gefallen hat Und abonnieren Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt Infobox und Endcut Genau Videos und Playlist Und Tschüss Tschüss Wenn ihr euch gefallen hat Dann geht's Wir gucken euch mal rein Untertitelung des ZDF, 2020